Hallo Leute, herzlich willkommen auf dem Kanal StandoGaming und heute spielen wir mal wieder, wie ihr hier sehen könnt, eine Runde Hausentag. Und heute kaufen wir mal das Haus Garage mit Bunker. Hat 110 Quadratmeter, zwei Etagen, acht Räume, kostet fast 100.000 Euro. Oh, schmeckt. Haus mit Bunker, das einem älteren hergehört hat. Kaufen wir und wechseln hin. Oi, das soll die Garage sein? Jo. Interessant, der wohnt einfach in einer Garage, beziehungsweise Bunker. Okay. Hm, ja. Dann, okay, warten wir mal, bis das mal wieder lädt. Was ist hoffentlich auch mal schneller lädt. Ah, jetzt. Wegs. Nein. Dann, ich muss kurz was kicken hier bei mir. Okay, so. Jetzt können wir rein hier. Das hat sogar eine Haustür. Was? Okay, es ist wirklich zum Wohnen auch so ein bisschen, ne? Okay, hier sind halt so viele Dinger. Was ist das denn hier? Weg mit dem Scheiß. Betrieb kann ja eigentlich alles weg, außer, ja, die zwei Sachen, die können hier bleiben. Die finde ich gar nicht mal so schlecht. Aber das ist schlecht. Das Auto ist ganz gut eigentlich. So, machen wir mal kurz die Wand ein bisschen sauberer. Machen die Tür ja auch mal zu. So. Komm, gehst du weg? Nö. Okay. 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 Mann. Bin zu fett, um da hinzukommen. Ich muss kurz die Garage helfen. So. Das wollte ich jetzt nicht, aber okay. So. Ja, den Röst kann man hier liegen lassen. Das ist auch weg. Das ist nur noch hier irgendwo dreckig. Dreckig. Ah. Okay, ist auch weg. Jetzt fließen wir das einmal mal wieder. Das können wir auch verkaufen, weil das ist Müll. Okay. Haben wir alles. Das ist der Bunker, aber hier ist noch eine Tür. Ah, hier ist irgendwie Badezimmer, ne? Ja. Da fehlt eine Dusche. Ja, die würde ich auch tatsächlich hier reinbauen. Waschbecken auch. Die Toilette lassen wir hier. Die sieht auch einigermaßen gut aus. So. Ich habe eine Dusche. Die können wir doch hier gerne reinstellen für die Kollegen, die hier wohnen. Dusche. Das schreibt man natürlich mit SCH. Hier so eine eckige Dusche. Passt ja auch wunderbar hin. Ich habe eine Nachricht bekommen. Okay, ist aber nichts Geiles. So. Dann einmal ein Waschbecken. Waschbecken. Wollen wir uns mal die hier. Na. So. Zack, zack. Bam, bam. So. Okay. Das ist ja auf jeden Fall alles neu. Die Türen lassen wir einfach hier so drin, weil die haben wir nicht gesehen. Lalalalala. Gehen wir hier mal runter. Und hier ist schon direkt dreckig. Vielleicht dekorieren wir euch nochmal ein bisschen. So. Was ist das denn hier für ein Raum? Hier ist einfach nur so ein leerer Raum, wo du durchgehen kannst. Ach, du Kacke. Hier liegt ja alles rum. So, müssen wir jetzt mal kurz gucken, was hier jetzt alles was ist. So. Reinigen. Ja. Okay. Packen wir das ja mal alles hoch. Damit sie nicht rumliegt, auf dem Boden. Zack. 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 Ich denke mal, was ist das für ein Riesenglas? Und zack. So. Jetzt machen wir das hier nochmal kurz weg. Ist es weg? Ja, da ist noch eine. Jetzt ist es weg. So. Dahin. So. Komm, die Sachen räumen wir ja auch nochmal rein. Dann liegt hier auch wirklich gar nichts mehr rum. Ja, die, die lasse ich da liegen, Alter. Let's go. Gehen wir hier mal rein. Ach, hier ist der Ausgang. Was ist denn der Ausgang? Gucken wir mal. Ah. Hier ist der Ausgang anscheinend. Machen wir auf jeden Fall mal wieder zu. Warte mal. Irgendwo ist hier noch dreckig. Aber, ach, hier ist noch eine Tür. Die habe ich nicht gesehen. So. Danke. Hier ist was. Waschbecken. Waschbecken, ja. Platzieren wir mal hier ein Waschbecken. Oh, den haben wir sogar noch offen. Zack. Das haben wir. Dann einmal auch wieder hier eine Dusche. Warum auch immer R2 braucht. So, dann machen wir auch die gleiche rein. Zack. Und die Toilette. So. Zack. Ja, fertig. Jetzt kannst du hier halt aufs Klo gehen, ne. Gehen wir mal wieder hoch. So. Jetzt räumen wir hier ein bisschen auf. Kisten kann ich eigentlich hier unten lassen, wenn ich mal ehrlich bin. Pack dir hier so alle runter. So. Dich packen wir hier hin. So. Du kommst da an die Wand. So. Perfekt. Jetzt stellen wir das Auto nur noch mal andersherum hin. Ich bin starke. Ich kann dieses Auto heben. Hallo. Bitte drehen. Jetzt steht es auch richtig. So. Perfekt. Ja. So ist es eigentlich ein ganz gutes Haus jetzt. Weißt du was? Wir machen hier nochmal kurz eine neue Toilette rein. Oh. Ups. Jetzt bin ich hier kurz aus dem Spiel gegangen. Okay, Leute. Ich würde sagen, das war es mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat. Ach so. Ich will mal das Video beenden, ohne dass ich das Haus verkauft habe. Warum? Warum ist das bei Ihnen im Kopf so? Wir haben bezahlt 99.000. Oha. 117.000 direkt. Äh. Wir verhandeln nochmal um 3.000. Dann haben wir auch 20.000 glatt und dann passt das. Geld ist nicht so wichtig. Sicherheit ist am wichtigsten. Okay. Leute. Wir sind 21.000 Euro reicher jetzt. Also. 121.000. Leute. Wenn euch das Video gefallen hat. Lasst gerne ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Schaut außerdem auf meinem Discord-Server vorbei. Der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Äh. Aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Habt ihr doch mal auf den Tag. Haut rein, Leute. Euer Zando. Ciao. Ciao. Kommt, wir fahren Richtung Sonnenuntergang. Ja, ja. Unser Ziel ist das irgendwo, im, im, wann. Hol am Spitz, die pink ist Wasser heiß. In Rapp aus dem blauen Butterflies. Doch die Wolken kann aus weiter sein. Hat doch mal eigentlich ein Waffelstein. Ja, ja. Dass, 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 dass... Gute an!